Du hast 20.000 Euro beiseite und interessierst dich für Immobilien. Wie fängt man aber eigentlich an? Ich habe schon sehr viele Einheiten eingekauft, auch ein paar wieder verkauft. Und in dem Video werde ich jetzt mal Revue passieren lassen, wie ich mit 20.000 Euro Eigenkapital rückblickend jetzt meine erste Immobilie kaufen würde. Wenn du jetzt an dem Punkt bist und deine erste Immobilie kaufen möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei dem Punkt Finanzierung gehe ich dann auch sehr detailliert auf eine Kalkulation ein, wie du das pragmatisch und einfach relativ schnell durchkalkulieren kannst, ob der Deal Sinn macht oder nicht. Wichtig zu wissen ist, das ist meine persönliche Erfahrung. Natürlich gibt es zig andere Wege, die auch funktionieren. Das ist meine persönliche Erfahrung, wie es bei mir funktioniert hat. Du kannst den Weg einschlagen, du kannst es auch irgendwie anders machen. Du kannst auch andere Investments tätigen. Immobilien sind ja nur eine Asset-Klasse, die natürlich aber auch nicht hundertprozentig passiv ist. Also eine Buy-and-Whole-Immobilie ist nicht zu 100% passiv. Das ist immer mit ein bisschen Aufwand auch verbunden. Aber umso mehr Aufwand man akzeptiert, desto höher kann auch die Rendite sein. Man kann zum Beispiel ein bisschen schlechteres Objekt kaufen mit mehr Entwicklungspotenzial, kann man eine bessere Rendite rausholen. Man kann ein bisschen teurer vermieten mit einem alternativen Mietkonzept oder sonst irgendwie, kann man auch eine höhere Rendite rausholen. Aber all das ist mit einem erhöhten Aufwand verbunden. Immobilien grundsätzlich sind nie hundertprozentig passiv, außer du gibst alles an eine Verwaltung ab. Aber ob sich das dann lohnt und rechnet, wenn du 20.000 Eigenkapital einsetzt und eine Eigentumswohnung ankaufst, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich genau finde diese Möglichkeiten so geil, weil ja im Aktienmarkt gibt es einen Kurs, du kaufst, den hat jeder. Bei Immobilien ist das ein bisschen intransparenter. Du kaufst das, was du verhandelst. Du kannst jetzt nicht sagen, ich bin bereit, die Daimler-Aktie für den Kurs X zu kaufen, verkauft sich keiner billiger. Aber bei Immobilien hast du mehr Flexibilität, mehr Variablen und da kannst du dann dementsprechend mehr Verhandlungsgeschick einfließen lassen. Deswegen finde ich Immobilien so geil. Und wenn dich das auch interessiert, dann beschäftige dich auf jeden Fall gerne mit dem Thema. Wenn du also diese Hürden und Möglichkeiten auch attraktiv findest, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Als erstes musst du dein Budget definieren. Also wie viel Euro Immobile kann ich mir eigentlich leisten? Es gibt so drei Variablen, die da mit dem Budget in Verbindung stehen. Die erste ist, wie viel Eigenkapital habe ich? Also ich nehme jetzt mal an, 20.000 Euro, wenn du weniger hast. Spare erst mal an, beschäftige dich damit. Aber ich denke, so 20k sollte man schon haben. Die zweite Finanzkennzahl ist, wie viel Kaufpreis kann ich mir mit diesem Eigenkapital leisten? Und die dritte Kennzahl ist, wie viel von diesem Betrag werde ich finanzieren? Also ihr habt bestimmt auch schon mal was von 100%, 110% Finanzierung gehört. Das heißt, 100% der Kaufpreis wird voll finanziert, 110% die Kaufnebenkosten werden mitfinanziert und 90% oder 80% wird dann der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten aus Eigenkapital bedient. Kommen wir zum Vorgehen. Das heißt, dein Budget ist klar. Dann weißt du, wonach du suchen musst. Ja, welche Immobilienart, welches Budget X habe ich zur Verfügung, um Immobilie Y zu kaufen? Das heißt, du weißt, wonach suchst du. Du weißt, was du dir leisten kannst. Du suchst nicht nach einer Villa in Hamburg oder nach einem Mehrfamilienhaus in München oder nach einer, keine Ahnung, einem Chalet in Zermatt. Du weißt ganz genau, ich habe X Budget, Y Immobilie kann ich mir leisten. Mit 20.000 Euro, Pi mal Daumen, würde ich mal so um die 100.000 Euro einkaufen. Nicht viel mehr, weniger geht immer, aber viel mehr würde ich jetzt nicht sagen. Und da bist du dann einfach gut aufgehoben. Diese Assets findest du üblicherweise über drei Hauptkanäle. Erster Kanal, Friends and Family. Vielleicht hat jemand in der Familie was zu verkaufen, günstig, hat eh keinen Bock mehr auf die Wohnung. Zweiter Kanal, Makler aus der Stadt, regionale Makler und Banken. Dritter Kanal, On Market, einfach Suchauftrag anlegen und dann relativ schnell reagieren. Vierte Variante, Secret Variante, einfach nach spontanen Möglichkeiten suchen und immer mal wieder Leute ansprechen. So Smalltalk abends, hast du eine Wohnung zu verkaufen oder so. Dann kam auch schon der ein oder andere Deal tatsächlich zustande. Springen wir mal in die Kalkulation rein und gucken mal, wie so eine Immobilie sich berechnet. Pi mal Daumen Berechnung, dass du halt auch immer aus dem Bauch raus entscheiden kannst, wenn du so ein Deal siehst. Oh, der ist gut oder schlecht. Weil das ist ganz wichtig, dass man einfach ein gutes Bauchgefühl auch hat. Ich habe jetzt hier eine Wohnung mal als Beispiel genommen, da habe ich glaube ich schon mal irgendwo was dazu gesagt gehabt, weil die ist jetzt gerade konkret beurkundet worden vor kurzem und die rechnet sich eigentlich ganz entspannt, ganz auf entspannt im Bestand. Also wenn man die jetzt kaufen würde, das ist jetzt kein Mörderdeal, aber auf jeden Fall ein Deal, den man mitnehmen kann. Das Risiko ist sehr überschaubar. Das Mietpotenzial, Mietsteigerungspotenzial ist auch da. Und die Finanzierbarkeit ist gar kein Problem, weil der, gar kein Stress einfach, also die sollte gar kein Stress sein, die Wohnung. Wir reden hier von einem Kaufpreis von 95.000, Mitkaufnebenkosten sind wir bei 100.000. Hier habe ich mal die 20.000 Eigenkapital eingetragen hier, die wir haben. Das heißt, Fremdkapital Bank, Kaufkosten minus Eigenkapital ist das, 80.000. Ich rechne mal mit 4,1% Zinsen. Heute haben wir den 6. Juni und heute wurden die Zinsen gesenkt. Also ich gebe mal 3,5 ein, ein bisschen Opportunistik muss man auch sein. Zilgung Bank ist Verhandlungssache zwischen 1 und 2%. Grundsätzlich dafür, welche Bank ist die richtige für mich, wenn ich finanzieren will? Man kriegt es auch immer mit, bei Instagram wird promotet, hier Online Bank, Online Bank, mehr Tagesgeld, Zins, mehr Tagesgeld, Zins. Nice to have ist richtig, aber ich empfehle grundsätzlich immer, also jedem eigentlich, bleib bei der regionalen Hausbank. Entweder deine regionale mit dem roten Logo oder mit dem blauen, die wo bei dir in der Region die besten sind, wo coole Leute arbeiten, mit denen du gut kommunizieren kannst. Da sind die Konditionen ein Ticken schlechter. Du hast aber einen besseren Draht und viel mehr Möglichkeiten. Dementsprechend macht es echt Sinn, sich mit den regionalen Banken ein gutes Verhältnis aufzubauen. Wenn du jetzt sagst, ich will eh nur eine Wohnung kaufen, der Rest ist mir egal, kannst du auch online irgendwo machen. Aber wenn du langfristig und nachhaltig da investieren willst, regional, wenn dir der letzte halbe Prozent Kondition wichtig ist und du da lieber 100 Mal rumdiskutierst mit irgendwelchen Banken und Vergleichsangebote einholst, dann geh irgendwo zu einer Online Bank, aber ich bin da absolut kein Fan von, weil es einfach ein Hustle ist ohne Ende. 41 Quadrat hat die Wohnung, 480 Euro Kaltmiete und genau, so sieht es jetzt aus. Einnahmen im Jahr sind quasi die 12 mal 480, dann die Kosten, Zinsen, Tilgung, das sind keine Kosten, aber Cashflow relevant. Dann die Nebenkosten, ungefähr 500 Euro im Jahr, Pi mal Daumen, je nachdem. Manchmal kommen natürlich Renovierungen und die muss man auch noch dann bezahlen, aber in dem Fall, das ist eine Wohnung, die ist relativ schlecht vermietet für 480 Euro und die hat auch gutes Potenzial. Das heißt, wenn man die 20.000 Euro einsetzt, als Eigenkapital voll einsetzt, das ist Geld komplett weg. Erstmal hast du 800 Euro Cashflow im Jahr und kannst die Mieten sukzessive anpassen. Hier habe ich jetzt mal die Anpassungsmöglichkeiten dargelegt. Im ersten Jahr hast du die 480 Euro, nach drei Jahren kannst du erhöhen um 15 Prozent, dann nochmal nach drei Jahren und nach zehn Jahren hast du dann um die 730 Euro. Mal unter der Annahme der Mieter bleibt die ganze Zeit drin. Dann hätte man nach der ganzen Zeit einen ordentlichen Ertragswert, wenn man über die Rendite den Wert der Immobilie ausrechnet, mit einem guten Quadratmeterpreis. Aber wir wollen ja hier darauf eingehen, wie würde ich das Ganze finanzieren. Also grundsätzlich, wenn die Bank eine 110% Finanzierung macht, würde ich es glaube ich mitnehmen in dem Fall. Ich rechne mal beispielhaft durch, was dann passiert. Also wenn man jetzt die 20.000 Euro einsetzt, sind die komplett weg. Du hast keinen Zugriff mehr darauf, hast aber dafür 800 Euro Cashflow im Jahr. Wenn du jetzt 0 Euro machst, Eigenkapital, hast du minus 300 Euro Cashflow im Jahr, aber musst halt viel mehr finanzieren. Also du musst die kompletten Kaufkosten finanzieren, Kaufpreis, Nebenkosten und Makler und so weiter, falls einer dabei ist. In dem Fall war jetzt keiner dabei. Dementsprechend hast du 101.000 Euro bezahlt in Summe und hast einen negativen Cashflow von 300 Euro im Jahr. Steuerlich, natürlich, wenn du ein Besserverdiener bist, kannst du noch die ganzen Kosten, die du hast, steuerlich geltend machen und kriegst noch ein bisschen Steuerkickback, aber wir machen hier keine Steuerberatung. Dementsprechend muss man sich überlegen, will ich lieber 20.000 ausgeben und dann einen positiven Cashflow oder würde ich ein bisschen den negativen Cashflow fressen und dann mit der ersten Mieterhöhung zum Beispiel, wenn wir auf 552 kommen, dann bin ich im Plus, dann im dritten Jahr. Dementsprechend muss man sich da entscheiden, was bin ich für ein Risikotyp. Sagt mir mal Bescheid in den Kommentaren, ob ihr das verstanden habt, wie ich es jetzt im Schnelldurchlauf erklärt habe oder ob ich mal sehr ausführlich so eine Kalkulation aufsetzen soll und euch zeigen soll, wie man genau das im Detail komplett durchrechnet. Also wenn es von Anfang an schon klar ist, es rechnet sich eh nicht, sondern irgendwann später würde ich es eh nicht machen. Das muss so eigentlich auf einem Bierdeckel rechenbar sein, sage ich jetzt mal. Und gern würde ich mir aber die Zeit nehmen, wenn ihr das braucht, dass ich das mal ausführlicher mache. Und ich möchte auch nicht gerne meine Excel-Tabelle jetzt teilen, da bin ich jetzt mal sehr direkt, weil ich will, dass ihr euch die selber baut. Weil wenn ihr euch die selber baut, habt ihr viel mehr Verständnis, was da halt eigentlich eingetragen werden muss und wie sich die Sachen zusammensetzen. Aber gerne auch mit meiner Unterstützung, wir können auch zum Beispiel auch mal, wenn es euch hilft, auch in die Kommentare schreiben, so eine Excel-Tabelle zusammen machen. Ich mache ein weißes Excel-Sheet auf und baue die ein. Also ich brauche einen Deal halt, den nehme ich dann als Exposé her. Und wir rechnen den mal durch. Dann hole ich ein Angebot von der Bank ein und können wir das mal reinmachen. Also wenn es euch was weiterhilft, let me know, dann machen wir das gerne. Back on track zum nächsten Punkt. Und zwar, früher war es so, also wenn ich sage früher, das war ein komplettes aufgeblasenes Bankensystem. Und VCs, Immobilienfirmen, die jetzt alle umkippen, sind darauf aufgebaut worden, immer mehr Geld zu holen am Markt, irgendwoher Investoren, Banken, sonst was, neue Assets zu kaufen, höher zu bewerten, teilweise zu verkaufen mit Gewinn, teilweise zu halten und immer mehr Geld reinholen. Das heißt, jonglieren war so mit einem Cheat ein bisschen, du fängst den Kegel immer wieder. Jetzt ist das Jonglieren nicht mehr so einfach von den Kegeln, weil die Zinsen hochgegangen sind und die Uhr gegen dich tickt. Das heißt, wenn du einen Deal hast, der geil ist, geiles Objekt, sieht geil aus, man kann es vielleicht refinanzieren, weil es immer teurer wird und sonst was, auch das funktioniert nur noch bedingt, weil die Zinsen, die drücken halt einfach. Wenn du richtig viel Eigenkapital hast, kein Stress, aber jetzt muss man die Zinsen einkalkulieren von Anfang an. Aber wie man so schön sagt, auf der rauen See lernt man segeln. Gerade sind die Zeiten nicht so gut, aber wenn sie besser werden und du bist jetzt schon gut unterwegs, dann fährst du auf jeden Fall mit Vollgas über die Startlinie. Wenn du jetzt deine ersten Deals machst in so einem schwierigeren Marktumfeld, dann fährst du schon mit Vollgas über die Startlinie, wenn es wieder besser läuft und fängst nicht bei Null an und bist in einem Marktzyklus, wenn da losgeht, wieder der Bessere. Von Anfang an fängst du an und steigst mit dem Zyklus ein, sondern du kommst schon mit Erfahrung in den besseren Markt rein, der hoffentlich auch wieder zurückkommt. Wissen tut es keiner, eine Glaskugel habe ich auch nicht leider, aber ich denke, irgendwann wird es auf jeden Fall wieder entspannt. Das gibt immer Zyklen, mal ist gut, mal schlecht und so weiter. Und gerade ist es auf jeden Fall nicht so gut, dass es besser wird, ist auf jeden Fall eine Aussicht. Die erfahrenen Immobilieninvestoren, die ich kenne, die sagen mir auch immer, hey Fabi, es gehört dazu, jeden Zyklus mitmachen zu können und zu müssen. Ich zum Beispiel, sagen die dann, ich zum Beispiel habe schon drei Krisen mitgemacht. Wie viel hast denn du mitgemacht? Also bei mir ist das jetzt die erste und ich sage immer mal wieder, man muss echt das Risiko überschaubar halten und die Kegel beim Jonglieren wieder fangen und nicht, dass man auf einmal 30 Kegel in die Luft schmeißt und beim Runterkommen hat man nicht mehr genug Hände zum Fangen. Da muss man echt aufpassen. Ich komme zum nächsten Punkt, die Vermietung. Grundsätzlich auch wieder eine Mindsetfrage. Was habe ich für einen Ansatz? Will ich proaktiv investieren? Will ich ein chilliges Investment? Das sind so die zwei Fragen, die man sich selber stellen muss. Den Deal, den ich jetzt gerade präsentiert habe, das war ein schlecht vermietetes Objekt mit einem sehr hohen Mietsteigerungspotenzial oder bei Auszug einer sehr hohen Neuvermietungsmöglichkeit. Wenn du eine leere Wohnung kaufst, hast du es ein bisschen einfacher. Ich habe jetzt nicht so die Wahl, ich kann die Miete erhöhen. Vielleicht zieht er dann irgendwann mal aus oder auch nicht. Das ist mir auch Wurst, das rechnet sich ja eh. Aber ich habe nicht so viele Möglichkeiten. Die läuft einfach, ich höre relativ wenig von der Wohnung. Ich habe noch gar nichts gehört, ehrlich gesagt. Wenn du jetzt eine leere Wohnung kaufst, hast du die Möglichkeit, günstig zu vermieten. Da wird der Mieter langfristig bleiben und du wirst nichts mehr von dem hören wahrscheinlich. Wenn du ein bisschen teurer vermietest, hast du ein bisschen bessere Rendite. Aber da klingelt dann ab und zu mal das Telefon bezüglich Auszug und Problemen. Das ist einfach so. Dementsprechend, Vermietung, stelle dir die Frage, chillig oder ein bisschen active. Und das war auf jeden Fall meine klare Anweisung oder klare Vorgehensweise, wo ich als ersten Deal als sehr, sehr sinnvoll erachte. Einfach das Geld investieren, langfristig und die Immobilie behalten. Und um nicht auf einen Exit angewiesen zu sein. Beim Beispiel der Finanzierung habe ich ja erklärt, die 20.000 Euro kannst du anzahlen, hast direkt einen positiven Cashflow. Oder du tust sie nicht anzahlen, hast aber negativen Cashflow. Dann wirst du dich vielleicht gefragt haben, wieso soll die Bank da mitmachen, wenn du die 20.000 Euro Eigenkapital, die du hast, nicht einsetzt. Und zwar folgende Möglichkeit, das ist auch ein relativ einfacher Move. Du nimmst die 20.000 Euro her, gibst sie der Bank, aber nicht in Form einer Anzahlung der Immobilienfinanzierung. Du finanzierst alles voll, nimmst die 20.000 Euro, gibst sie der Bank und sagst, du möchtest die geben, bis die Sicherheit der Immobilie steigt. Das heißt, die Bank nimmt eine Sicherheit auf die Wohnung drauf und dafür kriegst du einen Kredit. Reicht die Sicherheit nicht aus, musst du die Differenz mit Eigenkapital ausgleichen, indem du das anzahlst oder hinterlegst. Und ich spreche gerade von der Hinterlegung. Das heißt, die Miete wird erhöht, nach und nach, oder es wird eine Neuvermietung, es wird vielleicht eine Kleinigkeit renoviert, oder der Markt verändert sich, nach zwei, drei Jahren kannst du eine neue Bewertung anfragen, ja. Dann bewertet die Bank die Immobilie neu, dann steigt die Sicherheit an, aber der Kredit ist ja gleich geblieben. Dementsprechend ist eine Gap ins Plus entstanden und du kannst deine hinterlegte Sicherheit auf anderer Seite, wenn du es nicht angezahlt hast, sondern hinterlegt hast, zurückbekommen. Wenn du es hinterlegst, ist es halt in der Differenzzeit der Hinterlegung, ist es halt verpfändet. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, kann die Bank über diesen Betrag verfügen. Wenn nichts schief geht, es gehört immer noch dir, kriegst du es wieder zurück, wenn die Neubewertungskriterien erfüllt sind. Du kannst auch ein Aktiendepot hinterlegen zum Beispiel. All diese Möglichkeiten hast du halt mit der Hausbank, aber nicht mit den ganzen Online-Banken. Das ist sehr mühselig und mühsam, da weiterzukommen. Es gibt vielleicht auch eine Online-Bank, die da besser ist. Wenn ihr da eine kennt, sagt mir das gerne Bescheid in den Kommentaren, bin ich gerne dazu bereit, mir die mal anzuschauen. Kurz und knapp, was ist der nächste Step? Das erkläre ich dir im nächsten Video, weil da geht es darum, wie komme ich zur nächsten Immobilie, wenn ich die erste gekauft habe, wenn ich kein Eigenkapital mehr habe. Weil das ist ja eingesetzt, wir gehen jetzt von 20k aus, die sind weg oder verpfändet oder hinterlegt. Ich brauche eine neue Immobilie, will eine neue Immobilie, habe keine Kohle mehr, was mache ich jetzt? Du hast gesehen, es sind viele Sachen, die ineinander verflochten sind und auch viele Punkte, die ich jetzt im Schnelldurchlauf einmal erklärt habe. Du kannst dir das Video gerne nochmal entspannt anschauen, dann hast du vielleicht den einen oder anderen Punkt nochmal besser verstanden. Aber wenn du noch eine Frage hast zu einem der Punkten, der in die Tiefe gehen soll und ein bisschen genauer erklärt werden soll, dann schreib mir das in den Kommentaren, weil genau dann kann ich ein spezielles extra Video dazu machen, zu diesem einen Thema, wo man explizit mal auf zum Beispiel so eine Sicherheitshinterlegung eingeht oder sonst irgendwas. Falls du da etwas hast, schreib es mir in die Kommentare und dann kümmere ich mich drum.